Aufgabe beginnt, auf der rechten Hand den Mittelschritt Abteilung bilden. Abteilung im Arbeitstempo Trab. Anfang rechts dreht, links marschiert auf, Marsch. Anfang prallt. Grüßen. Abteilung zu einem Rechtsbrechtab im Arbeitstempo Trab. MF Abteilung Beute. Marsch dabei mit der inneren Hand überstreichen. AXC durch die Länge der Bahn wechseln. HXF durch die ganze Bahn wechseln, dabei Dritte verlängern. S im Arbeitskerno. K. Abteilung Schritt. Mittelschritt. E. Anfang, Viereck verkleinern, Marsch. An der kurzen Seite rechte Hand. M. E. Im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln. A. Abteilung im Arbeitstempo Trab. F. M. Einfache Schlagenlinie. F. M. Einfache Schlagenlinie. Marsch, C, Abteilung und Arbeitstempo Trag, C, X, A, aus dem Zeltel wechseln. X, A, Abteilung und Arbeitstempo Galopp, Marsch, A, K, H, ganze Bahn, dabei Galopp-Sprünge verlängern, H im Arbeitstempo. M, Abteilung im Arbeitstempo Trag, B, X, Anfang halbe Beute rechts, Marsch, X, E, halbe Beute links, Marsch, Anfang links dreht, rechts marschiert auf, Marsch, Anfang, Halt. . K. 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 Vielen Dank.